Hallo zusammen, herzlich willkommen zum GTX 2080 Overclocking Video. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier neben mir schon ein Setup aufgebaut, da ist eine GTX 2080 Non-TI Founders Edition drauf, ich habe auch schon Baseline Score gemacht, das heißt den Super Position Benchmark, wir haben 8960 Punkte Stock. Kurz zum Setup, wir haben ein Maximus 10 Apex mit einem 8600K, eigentlich wollte ich 8700K verwenden, aber der lag gerade rum, spielt auch für das Video keine wirkliche Rolle, denn wir machen 4K Benchmarks mit der Karte und die Karte wird von der CPU nicht wirklich ausgebremst, CPU ist aktuell auf 4,8 GHz auf allen Kernen getaktet. 16 GB RAM, RAM ist bei 3466 MHz getaktet und dann haben wir ein 1200 Watt Netzteil von Seasonic. Wir werden jetzt erstmal schauen, was mit der Karte möglich ist mit Luftkühlung, das heißt wir werden erstmal keine Modifikationen machen, nichts an der Karte umbauen. Im späteren Verlauf wollen wir aber ein bisschen härter ins Detail gehen, das heißt ich habe Trockeneis bestellt, 30 kg und damit werden wir versuchen die Karte richtig hart ans Limit zu pushen, das heißt wir werden auf jeden Fall Power Mats machen, denn wir werden auf jeden Fall das Power Limit freischalten müssen von der Karte, das machen wir diesmal aber nicht mit Flüssigmetall, sondern wir werden die kleinen Schandwiderstände mit einer kleinen Brücke überlöten, dazu kommen wir dann aber später und wenn alles klappt, machen wir auch Volt Modifikationen, das heißt wir werden versuchen die Spannung der Karte anzuheben, das wird nicht ganz so einfach, denn mit Software ist das ganze nicht möglich, sondern wir müssen wieder ein ELMO EVC verwenden, kennt ihr schon aus meinen vorherigen Videos und das werden wir mit I2C an die Karte anlöten und dann müsste es eigentlich möglich sein, dass wir die Spannung verändern. Dazu kommen wir dann aber, wenn es soweit ist, jetzt werde ich erstmal die Kamera umbauen, dass wir ein bisschen mehr Close-Up vom Setup haben und dann machen wir ein paar Baseline Scores, schauen wie heiß wird die Karte, wie ist die Leistungsaufnahme und da lasst erstmal, wenn alles Stock ist, was können wir machen mit einfacher Software, das heißt GPU Tweak zum Beispiel, MSI Afterburner, EVGA Precision X, was können wir mit diesen Tools rausholen, einfach nur indem wir das Power Limit erhöhen, den Lüfter hochdrehen, um so die Temperatur zu senken und dann schauen wir wo wir landen und dann letztendlich bauen wir auf Trockeneis um und schauen, was wir aus der Karte rausholen können. So wie ihr sehen könnt, es ist viel passiert, also es ist mittlerweile auch ein kompletter Tag vergangen, also wir haben gestern den ganzen Tag damit verbracht, die 2080 zu takten, wir haben erstmal angefangen ein Baseline Score zu machen, das heißt erstmal die Karte montiert, das hattet ihr ja schon gesehen und haben die mit dem Superposition Benchmark getestet, da haben wir auch vor allem geschaut, wie warm wird die Karte, wie ist die Leistungsaufnahme und welchen Takt erreicht die GPU unter Last. Bei Stock, also als wir noch nichts verändert hatten, hatten wir 1860 MHz unter Last auf der GPU und wir hatten circa maximal 75 bis 77 Grad Celsius unter Last, die Lüftergeschwindigkeit war unter Last bei circa 1800 Umdrehungen pro Minute und die Karte bleibt dabei wirklich sehr, sehr angenehm leise, also ich muss sagen, für eine Founders Edition, ich bin wirklich positiv überrascht, der Kühler scheint wirklich gut zu sein, also sieht nicht nur gut aus, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut durch die ganzen dicken Aluminiumstreben, hat das Ganze einen sehr hochwertigen Look, sondern auch die Performance ist relativ gut und die Leistungsaufnahme ist wie erwartet 180 Watt gemessen über die PC Express Anschlüsse, also wir haben eine Strommesszange angeschlossen, das heißt wir haben darüber 15 Ampere gemessen, natürlich muss man jetzt noch dazu rechnen, dass sich die Karte über den PC Express Slot maximal 75 Watt genehmigen kann, dementsprechend ist die Gesamtleistungsaufnahme natürlich ein bisschen höher und wir haben ein bisschen Unterschiede, was die Leistungsaufnahme angeht unter Last, denn was wirklich interessant ist bei der Karte, wir haben ja die drei Zuflüsse, sage ich mal, was den Strom angeht, das heißt wir haben PC Express Slot, wir haben den 6 Pin und den 8 Pin Anschluss und die Karte hat rechts unten den Bereich für die Leistungsaufnahme, also da wird die Leistungsaufnahme gemessen, in dem Bereich machen wir letztendlich auch wieder den Power Mod und bei der Karte ist es so, dass sie ein sogenanntes Power Shifting machen kann, das heißt sie kann kontrollieren, von welchem Anschluss wie viel Strom der Karte zugeführt wird, das heißt die Karte kann zum Beispiel den Strom oder die Leistungsaufnahme vom PC Express Anschluss begrenzen und der Karte mehr über den 6 Pin und 8 Pin Anschluss zuführen und so können wir auch den Power Mod letztendlich beeinflussen. Wir haben im nächsten Schritt dann die maximale Leistungsaufnahme erhöht, indem wir das Power Target im Asus GPU Tweak erhöht haben, das heißt wir ziehen das einfach um 20% nach oben, kann die Karte sich ein bisschen mehr Leistung genehmigen, dementsprechend kann die Karte sich auch automatisch ein bisschen höher takten und die Karte konnte sich so von 1860 auf 1935 MHz automatisch hochtakten, ist ein kleines bisschen wärmer geworden, wir haben auch ca. 30 Watt mehr Leistungsaufnahme, dementsprechend wird die Karte auch ein bisschen wärmer bzw. die Lüfter drehen ein bisschen höher auf ca. 2000 Umdrehungen pro Minute, aber es ist immer noch in dem Bereich, wo man sagen kann, das ist okay. Im Anschluss haben wir dann beide Lüfter auf die maximale Drehzahl eingestellt, das sind 3700 Umdrehungen pro Minute, da wird die Karte natürlich wirklich hörbar lauter und auch in dem Bereich, wo ich sagen muss, okay, das tut man sich nicht an im Alltag, aber die Karte wird dadurch auch ein bisschen kühler, das heißt wir sind runter von 77 auf 64 Grad Celsius und auch dadurch kann sich die Karte minimal höher takten, also ca. 15 MHz mehr unter Last, einfach nur, weil wir den Lüfter hochstellen und weil wir der Karte so ein bisschen mehr Spielraum geben, was das Temperatur-Target betrifft. Im GPU-Tweak gibt es auch die Option, die Spannung zu erhöhen, hier haben wir so einen komischen Regler plus 100%, das gab es auch in der vorherigen Generation schon bei Nvidia Pascal und wir haben geschaut, was passiert, wenn wir jetzt Power-Target 120%, Lüfter 100%, plus 100% Spannung, hat sich ehrlich gesagt nichts geändert, also die Karte taktet immer noch bei 1935 MHz, die Leistung ist dementsprechend gleich, nur die Leistungsaufnahme ist zusätzlich noch ein kleines bisschen gestiegen. Das ist schon mal ein guter Indikator, was wir auch schon vermutet hatten, bei Nvidia Pascal war es so, dass man also bei einer GTX 1080 Ti zum Beispiel, dass wenn man die Spannung erhöht, dass man nicht wirklich höher takten kann, weil die Architektur mit Spannung einfach nicht wirklich skaliert und das gleiche vermuten wir ist auch bei Turing wieder der Fall, also bei einer 2080 oder 2080 Ti und das haben wir auch in dem Fall schon sehr, sehr gut gesehen. Anschließend haben wir die GPU manuell übertaktet mit plus 170 MHz und haben den RAM noch auf Standard-Takt gelassen und dann haben wir gesehen, wir haben letztendlich einen Leistungsplus von circa 7% und dabei allerdings eine erhöhte Leistungsaufnahme von plus 20% und das ist schon wirklich erheblich. Dann haben wir versucht den RAM hochzutakten, haben dann aber gemerkt, dass wenn wir auf plus 170 bei der GPU sind, wir den RAM überhaupt nicht höher takten können, weil die GPU so hart am Limit läuft und wenn wir dann das RAM Limit, also die Bandbreitenlimitierung rausnehmen, dadurch, dass wir den RAM höher takten, kommt die GPU damit nicht mehr klar und es kommt sofort immer zu Artefakten und zum Crash. Das heißt, wir mussten die GPU minimal runter takten auf plus 150, konnten den RAM dann auf 16.000 MHz takten und das Ganze hat uns dann einen Leistungsplus von 12% gebracht und das ist schon wirklich erheblich. Also man sieht, RAM übertakten bei einer 2080 bringt enorm viel. Interessant ist, wenn man das Ganze dann umdreht und nur den RAM übertaktet auf 16.000 MHz, die GPU aber auf Standard lässt, haben wir eigentlich keine zusätzliche Leistungsaufnahme, das haben wir gecheckt, wir sind immer noch bei 15 Ampere, die durch die 6-Pin und 8-Pin-Anschlüsse zusammenfließt, aber wir haben einen deutlichen Leistungszuwachs, das heißt, es ist wirklich sehr, sehr sinnvoll, den RAM auf diesen Karten zu übertakten. So, kommen wir jetzt langsam mal zum interessanteren Teil, das heißt, wir haben die Karte runtergenommen, haben die Karte geöffnet, erstmal die Backplate demontiert mit diesen ganzen einzelnen Schrauben, dann die Schrauben entfernt, die unter der Backplate sind, damit wir die GPU letztendlich vom Kühler entfernen können, haben das Ganze dann ein bisschen sauber gemacht, was auch interessant ist, dass wir unterschiedliche Wärmeleitpads haben. Wenn euch das Ganze mehr interessiert, Gamers Nexus hat dann ein relativ detailliertes Video dazu gemacht, zur Demontage vom Kühler, deswegen gehe ich da jetzt im Detail nicht näher drauf ein. Auf der Vorderseite, in der rechtsunteren Ecke, haben wir den Bereich, wo die Leistungsaufnahme gemessen wird, das heißt, da haben wir die drei Schandwiderstände, das kennt ihr von mir schon von den ganzen anderen Videos, und wir wollen jetzt natürlich die maximal mögliche Leistungsaufnahme erhöhen, weil sonst haben wir das Problem, die Karte kann sich einfach nicht mehr Leistung genehmigen, das heißt, selbst wenn wir den Takt erhöhen, selbst wenn wir die Spannung erhöhen, dann würde sich die Karte immer wieder unter Last runtertakten, deswegen müssen wir den Power-Mod machen. In der Vergangenheit haben wir das immer mit Conductonaut gemacht, heute löten wir das Ganze mal, denn wir wissen jetzt aus Erfahrung über die lange Zeit, dass es manchmal mit Conductonaut einfach zu Problemen führen kann und sich diese Schandwiderstände ablösen können. Jetzt ist aber auch so ein Problem, das habe ich in den Videos auch oft in den Kommentaren versucht zu erklären, es ist nicht so einfach, da einfach eine Brücke drüber zu löten, also in der Praxis ist es sehr, sehr einfach, haben wir auch gemacht. Das Problem ist allerdings, wenn der Übergang dazwischen zu gut ist, wenn der Widerstand zu stark sinkt, dann merkt die Karte das und dann geht die in den sogenannten Failsafe-Modus und dann taktet die Karte nicht mehr hoch. Das Problem hatten wir dann auch, also wir haben erstmal den Schandwiderstand für den 6-Pin und den 8-Pin überbrückt, weil wir gedacht haben, ey, lassen wir die Leistungsaufnahme von PC-Express dort gleich und überbrücken nur die von 6 und 8-Pin, haben wir gemacht und wenn wir wieder in Windows gelandet sind, Benchmark gemacht haben, ja, dann haben wir genau das Problem, das heißt, die Karte geht nicht mehr höher als 300 MHz auf der GPU. Das ist der sogenannte Failsafe-Modus und ja, das Problem ist dann, wie gesagt, die Leitfähigkeit davon ist zu gut, verglichen mit einem Liquid Metal zum Beispiel und dann haben wir einfach den unteren Schandwiderstand durchgeschnitten, also vom 6-Pin-Anschluss und haben den oberen vom 8-Pin haben wir gelassen, haben es nochmal probiert und dann hat das Ganze letztendlich zum Glück funktioniert. Mit dem Power-Mod auf dem 8-Pin-Anschluss taktet die Karte durchgehend immer auf 2100 MHz und was auch sehr interessant ist, die GPU-Spannung bleibt unter Last höher, das heißt, wir haben Stock ungefähr 0,98 Volt, wenn wir dann alles normal übertakten, landen wir bei ca. 1,04 Volt, mit Power-Mod landen wir immer stabil bei 1,05 Volt, weil die Karte sich eben mehr genehmigen kann, aber das Problem ist auch, die Leistungsaufnahme steigt deutlich an, das heißt, wir haben plus 35% ca. Leistungsaufnahme verglichen mit Stock und wir haben nur ca. plus 13% mehr Leistung, das heißt, es ist es eigentlich nicht wirklich wert, das für den Alltagsbetrieb zu machen, denn die Leistungsaufnahme steigt erheblich an, während die Leistung nicht so krass ansteigt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie stark skaliert so eine GPU, wenn wir die Temperatur absenken, also würden wir jetzt z.B. einen Custom-Wasserblock draufbauen und die GPU hätte unter Lasten nicht mehr ca. 66, 67 Grad Celsius, sondern vielleicht nur noch 20 Grad Celsius oder noch weniger, das Ganze wollten wir natürlich mit Trockeneis simulieren, aber nicht nur die Temperatur ist interessant, sondern auch die Frage, bringt es etwas, die Spannung zu erhöhen, denn ich habe auch in vielen Reviews zum Launch von der 2080 gelesen, ey, wir können die Spannung nicht weiter anheben, deswegen können wir die Karten nicht weiter takten. Das habe ich stark bezweifelt, denn das hatten wir auch schon bei Nvidia Pascal, da haben wir das getestet, ich selbst bei 10 Karten, dass fast keine Karte mit zusätzlicher Spannung skaliert, zumindest nicht, solange man nicht wirklich krasse Kühlmethoden verwendet und hier rede ich von Flüssigstickstoff oder Trockeneis. Um die Spannung zu erhöhen, verwenden wir wieder ein Elmore EVC, kennt ihr von mir auch schon von vielen Video, ist ein i2c-Device, das heißt, das können wir einfach an die Grafikkarte anlöten, da gibt es zwei Punkte, die wir brauchen, SDA und SCL und wenn wir das Device anlöten, können wir mit einem externen Laptop auf die Grafikkarte zugreifen, beziehungsweise auf den Spannungscontroller von der Grafikkarte und können dann ganz einfach mit Software die Spannung unter Last oder auch im Idle mit einem Offset-Wert verändern. Die Lötpunkte sind wirklich extrem klein bei solchen Karten, also wir haben am Anfang auch ein bisschen gefailt, das heißt, wir haben erstmal das falsche Datenblatt gehabt von einem anderen Spannungscontroller, dachten, das wäre der gleiche, war es aber nicht, haben wir dann erstmal den falschen Punkt gelötet, die Punkte waren noch viel, viel kleiner, dazu habe ich zum Glück immer dieses USB-Mikroskop hier, das kennt ihr auch von meinen DyeShot-Videos, da können wir zum Glück die Lötstellen sehr vergrößert anschauen und checken, okay, haben wir irgendwas verbunden oder sowas, hat aber zum Glück alles funktioniert, wir hatten dann letztendlich auch das richtige Datenblatt und dann hat auch das Ganze funktioniert, die Grafikkarte mit dem ELMO EVC zu steuern. Für den nächsten Schritt haben wir unser sogenanntes Nvidia Unlock Device verwendet und das ist in der Praxis nichts anderes als eine Pinzette, denn wir haben das Problem, selbst mit dem angelöteten ELMO EVC konnten wir die Spannung im Betrieb nicht verändern, denn der Spannungscontroller ist gesperrt, normalerweise lässt sich da nichts verändern. Man kann das Ganze aber auch freischalten oder verhindern, dass der Spannungscontroller gesperrt wird, denn normalerweise ist er nicht gesperrt, sondern er wird erst durch das GrafikkartenBIOS selbst gesperrt, wenn das initialisiert wird und vor der Initialisierung können wir das Ganze verhindern, indem wir die SDA und SCL Punkte einfach miteinander verbinden, das heißt wir stecken einfach eine Pinzette bei uns in den Anschluss, damit überbrücken wir die zwei Kontakte und damit ist es so, wenn das BIOS zur GPU oder zum Controller irgendwelche Signale versucht zu senden, dann kommt einem Controller natürlich nur Mist an, weil wir die zwei Kontakte überbrückt haben, dann kann er damit nichts anfangen und dann wird der Spannungscontroller auch nicht gelockt, also einfach die zwei Punkte verbinden und dann können wir im Windows auch die Spannung frei verändern. Damit ging es auch schon los mit der Trockeneisvorbereitung, das heißt wir haben hier so einen Trockeneis-Container von mir, das ist ein sogenannter Raptor 4, das ist auch ein Kühler, den ich vor längerer Zeit schon mal entwickelt habe, der ist nur dafür gemacht, um mit Trockeneis oder gerade Flüssigstickstoff verwendet zu werden und dann haben wir eben erstmal Wärmeleitpaste, auf die GPU gepackt, wir verwenden mit Trockeneis oder Flüssigstickstoff wirklich immer sehr sehr viel Wärmeleitpaste, mehr als man normalerweise aufträgt, der Grund dafür ist, dass wenn das an der Seite rausquillt und gerade über die Kanten von der GPU läuft, dann hilft uns das tatsächlich unter der Last, also wir haben das mal getestet, wenn wir Trockeneis, Flüssigstickstoff verwenden, dann verwenden wir wirklich sehr 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 viel Wärmeleitpaste, also ja nicht wundern deshalb, ist auch kein Cringe angesagt, es ist alles gut. Das heißt dann die Karte auf dem Container montiert, ist es relativ einfach, mit vier Schrauben, ähnlich wie ein Wasserblock und dann das ganze ein kleines bisschen isoliert mit Papiertüchern von der Seite, einfach, dass wenn sich Kondenswasser bildet, dass es einfach von dem Tuch ein bisschen aufgefangen wird. Wir wollten jetzt die Karte nicht mit Vaseline oder irgendwie sowas misshandeln, wir wollten das sowieso nur ganz kurz testen, so über eine halbe Stunde, da bildet sich nicht ganz so krass viel Kondenswasser, das heißt es geht auch erstmal mit ein paar Papiertüchern relativ einfach. Für den heutigen Test haben wir Dice Nuggets verwendet, normalerweise verwende ich immer diesen kleinen 3 Millimeter Pellets, weil da die Oberfläche größer ist, dadurch kann man schneller runterkühlen, aber da wir auch morgen noch ein bisschen was machen wollen, hält sich das ganze länger, wenn wir Pellets verwenden, also diese großen, äh, beziehungsweise die Nuggets. Das Problem ist aber, die kühlen nicht ganz so gut, deshalb muss man auf jeden Fall immer eine zusätzliche Wärmeträgerflüssigkeit mit einfüllen, da kann man zum Beispiel Aceton verwenden, Isopropanol, also irgendwas, was einen sehr niedrigen Siedepunkt hat, beziehungsweise einen sehr niedrigen Gefrierpunkt und deswegen haben wir auch mal wieder 3M Novak verwendet, bietet sich an, das Zeug ist nämlich auch nicht elektrisch leitfähig, das heißt, wenn wir mal was daneben kippen auszusehen, ist es nicht ganz so schlimm und es stinkt auch nicht so unangenehm wie Aceton. Beim ersten Test haben wir noch nicht ganz so viel reingefüllt, denn wir wollten jetzt erstmal simulieren, was passiert, wenn wir einen wirklich krassen Wasserkühler verwenden würden. Das heißt, die Pot-Temperatur, also von meinem Trocken-Eis-Container hier, die war bei 20 Grad Celsius, das heißt die GPU-Temperatur war auch so um die 20, 25 Grad Celsius und der Last. Das bekommen wir nur mit der wirklich krassen Custom-Wasserkühlung hin und vielleicht in Kombination mit einem Chiller. Normalerweise hätten wir eher so 30 bis 35 Grad Celsius bei einem Custom-Wasserblock. Wir wollten aber schauen, wie ist der Einfluss, lohnt sich das überhaupt, wenn wir so eine Custom-Wasserkühlung montieren würden. Ich kann direkt sagen, am Takt hat sich überhaupt nichts verändert, selbst mit zusätzlicher Spannung konnten wir nicht höher takten, also selbst wenn wir von 1,05 auf 1,2 Volt gegangen sind oder Last, es hat nichts gebracht, wir konnten nicht mal 10 Megahertz die Karten höher takten. Was allerdings interessant ist, ist, dass die Leistungsaufnahme relativ stark absinkt, das heißt von 20 Ampere auf 18 Ampere, das heißt wir sparen ca. 20 bis 30 Watt unter Last, dadurch dass wir die GPU kühler halten. Also in dieser Hinsicht kann sich das ganze lohnen, wenn ihr ein Wasserkühler montiert, gerade wenn ihr mehrere Karten verwendet, dann sinkt auf jeden Fall die Leistungsaufnahme der Karte unter Last. Aber ihr werdet nicht in der Lage sein, die GPU höher zu takten oder deutlich höher zu takten, als mit einem richtig vernünftigen Luftkühler oder wenn ihr den Luftkühler auf 100% setzt, da würde ich mir keine großen Hoffnungen machen. Dann haben wir den Container komplett gefüllt mit den Nuggets und haben dann auch komplett mit Novec gefüllt, damit die Kühlung so gut wie möglich ist. Hatten dann letztendlich minus 72 Grad Celsius am Kühlcontainer und bei der GPU circa wahrscheinlich minus 65, minus 60 Grad Celsius unter Last. Wir konnten mit GPU-Tweak negative Temperaturen auslesen, was sehr, sehr interessant ist und auch sehr selten. Normalerweise funktioniert das nicht, aber es ging auch nur bis minus 40 und tiefer als minus 40 konnte das leider nicht auslesen. Aber letztendlich konnten wir die GPU auf 2340 MHz übertakten mit Trockeneis und da sieht man auch sehr schön, dass diese Architektur mit Temperatur, gerade mit sehr tiefer Temperatur skaliert. Wo ich auch wieder dazu komme, wir haben natürlich auch versucht, zusätzliche Spannung anzulegen und das hat auch wieder nur sehr wenig gebracht. Also wir sind mit 1,05 Volt sind wir schon auf 2300 MHz gekommen und mit 1,15 Volt sind wir auf 2340 MHz gekommen. Das heißt, gerade mal 40 MHz mehr bei 100 Millivolt mehr Spannung. Das heißt, ja, das ist genau das gleiche wie Pascal. Also Turing erinnert mich vom Verhalten her extrem an Pascal. Die GPUs skalieren mit extrem tiefer Temperatur, aber nicht mit zum Beispiel mit Wasserkühlung. Also verwechselt das bitte nicht, sondern ihr braucht wirklich sowas wie minus 70 oder minus 100 Grad Celsius, zum Beispiel mit Physik, Stickstoff. Da skalieren die, aber ansonsten skalieren die nicht wirklich mit Spannung und auch nicht wirklich mit Temperatur. Wir konnten mit Trockeneis die Leistung um 20% steigern verglichen mit Stock, aber die Leistungsaufnahme ist um 50% gestiegen. Das heißt, es ist ein Trade-off, der es eigentlich nicht wirklich wert ist natürlich und Trockeneis ist auch nichts, was man in der Praxis wirklich anwenden kann. Aber wir wollten einfach schauen, wie reagiert Turing, wie verhält sich das Ganze, wie skaliert es mit Spannung und Temperatur und zusammengefasst muss man sagen, die Karten sind für das, wie sie funktionieren, einfach extrem gut ausgelegt. Also die Arbeiten in dem Bereich um die 1900, 2000 MHz, da ist der Verbrauch wirklich vernünftig. Also die Spannung, die man dafür braucht, ist relativ gering und die Leistungsaufnahme ist auch relativ angenehm. Temperatur steigt dadurch nicht so stark an und ja, wirklich mehr kann man aus den Karten aber nicht rausholen. Also ihr könnt vielleicht mit PowerMod und mit einer starken Wasserkühlung, die ihr dann wirklich braucht mit einem PowerMod, weil das kann der Luftkühler nicht mehr, ja, da könnt ihr zusätzlich nochmal 100 MHz rausholen, aber das war es dann. Also erwartet von Turing nicht so viel, was Overclocking betrifft, aber was ich aus meiner Sicht sagen kann, für Alltag mit dem Standardkühler wirklich, wirklich eine sehr solide Karte und ich kann euch auch jetzt schon verraten, dass die 2080, die hier liegt, mit dem Kühler da hinten in mein eigenes System wandern wird und das sollte eigentlich schon sehr viel aussagen, denn normalerweise baue ich bei mir nichts ein, was ich nicht gut finde. In der Hinsicht hoffe ich, das Video hat euch gefallen, ist auch ein bisschen länger geworden, als ich eigentlich dachte. Wir haben auch deutlich länger gebraucht, als wir eigentlich dachten, aber es war wirklich interessant zu sehen, was wir aus den Karten rausholen können. Lasst mich wissen, was ihr von 2080 haltet, ob ihr das vielleicht selbst bei euch einbaut oder was ihr davon denkt, was haltet ihr von Trockeneiskühlung und so weiter. Gerne Kommentare dazu unten rein, ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Mal.